Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Tempomat-Servo-Control-Circle-Low. Was bedeutet das? Dies ist ein allgemeiner Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt normalerweise für OBDI-Fahrzeuge mit Tempomat. Zu den Fahrzeugmarken gehören unter anderem Dodge, Chrysler, Ram, Jeep, Hyundai, BMW, Vauxhall, Mini, Chevrolet und so weiter. Die Geschwindigkeitsregelung bietet viele Vorteile, auf langen Reisen müssen Sie die Geschwindigkeit nicht konsequent überwachen und an den Verkehr und die Verkehrsregeln anpassen. Sie drücken ein oder zwei Tasten und eine Kombination aus Sensoren, Magneten, Modulen und so weiter stellt sicher, dass das Fahrzeug mit der angegebenen Geschwindigkeit in Bewegung bleibt, bis sie oder möglicherweise äußere Einflüsse die Geschwindigkeit entsprechend deaktivieren oder anpassen, ganz zu schweigen davon, dass das Fahrzeug eine gute Idee hat, wie der Kraftstoffverbrauch während der gesamten Fahrt auf einem guten Niveau gehalten werden kann, denn wenn wir fahren, berücksichtigen wir nicht unbedingt alles, was wir können, um die Kosten niedrig zu halten. Zum Glück ist das ECM-Motorsteuergerät für den nahtlosen und dennoch effizienten Betrieb der Geschwindigkeitsregelung verantwortlich. Die ordnungsgemäße Funktion der Systeme hängt von vielen Sensoren, Schaltern, Modulen, VSS und so weiter ab. Einer davon ist das Tempomat-Servo, in den meisten Fällen sind diese für die Steuerung des Gashebels verantwortlich, wenn Sie den Tempomat einstellen und oder einstellen, durch Steuern des Gashebels und entsprechende Einstellung mit diesem Servo kann das ECM die Geschwindigkeit einfach und effizient einstellen. Oft werden diese Servos mechanisch über Vakuumleitungen und Gaszüge gesteuert. Das Vakuum zum Servo wird von Magneten gesteuert, die wiederum vom ECM gesteuert werden und jeden anderen Wert interpretieren können, bevor die Drosselklappenstellung, die Geschwindigkeit und so weiter angegeben werden. Dieser Fehler bezieht sich auf den betreffenden Stromkreis. Weitere Informationen finden Sie im Wartungshandbuch mit welcher physischen Schaltung arbeiten Sie. Die diagnostizieren Sie, der P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low und die zugehörigen Codes P0525, P0594 und P0596 werden eingestellt, wenn das ECM eine Fehlfunktion im Cruise Control Servo Control Circuit überwacht. Insbesondere im Fall des P0595 wird es eingestellt, wenn in dieser Schaltung ein elektrischer Niederspannungszustand erkannt wird. Beispiel eines Tempomat-Servos. Was ist der Schweregrad dieses DTC? Ich werde den Schweregrad für diesen Code auf Mittel setzen. Die meisten OBD2-Fehlercodes für die Geschwindigkeitsregelung sind recht geringfügig. In diesem Fall wäre es jedoch schwerwiegender als die meisten anderen, da das Tempomat-Servo nicht nur über ein Kabel direkt mit der Drosselklappensteuerung verbunden ist, sondern zeitweise für die Drosselklappenstellung verantwortlich ist. Um einen Punkt zu betonen, wenn Sie einen aktiven OBD2-Fehler vernachlässigen, laufen Sie Gefahr, keine neuen Fehlercodes zu kennen. Selbst wenn Sie symptomlos sind und unbeaufsichtigt bleiben, können OBD2-Fehlercodes zu schwerwiegenderen und teureren Problemen führen. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P0595-Diagnosecodes können gehören. Tempomat funktioniert nicht. Fehlerhafter Tempomat-Betrieb Fahrzeuggeschwindigkeit steckt fest. Fahrzeuggeschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung begrenzt. Ungenaue Einstellung der Fahrzeuggeschwindigkeit im Vergleich zur gewünschten oder eingestellten Geschwindigkeit bestimmte Tempomat-Funktionen funktionieren nicht richtig fehlerhaft. Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Zu den Ursachen für diesen P0595-Tempomat-Code können gehören. Servo mit defekter beschädigter Geschwindigkeitsregelung Tempomat-Servokabel gebrochen festgefahren getrennt falsch eingestellt Verdrahtungsproblem ECM-Problem Motorsteuergerät Eindringen von Modulwasserverbindungsproblem Was sind einige P0595-Diagnose- und Fehlerbehebungsschritte? Der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin, die Technical Service Buildings TSB auf bekannte Probleme mit dem jeweiligen Fahrzeug zu untersuchen Fortgeschrittene Diagnoseschritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern möglicherweise die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung und das entsprechende Wissen, um genau zu arbeiten Nachfolgend finden Sie grundlegende Schritte Weitere Informationen zu bestimmten Schritten für Ihr Fahrzeug finden Sie in einer spezifischen Reparaturanleitung für Fahrzeug Ja Marke Modell Antriebsstrang Grundlegender Schritt 1 Im Allgemeinen sind Tempomat-Servos irgendwo im Motorraum montiert Meistens befinden Sie sich in unmittelbarer Nähe des Drosselklappengehäuses Schließlich steuern Sie damit die Fahrzeuggeschwindigkeit Führen Sie nach dem Auffinden eine allgemeine Sichtprüfung durch Schauen Sie sich das Kabel an und prüfen Sie es auf Ausfransungen, Knicke, Korrosion oder Anzeichen von Fehlfunktionen Wenn sich das Servokabel bei der Steuerung der Drosselklappe nicht frei bewegt, kann das ECM dies als Leistungsproblem interpretieren Wie sieht das Servo aus? Diese werden normalerweise vakuumgesteuert, sodass Ihre physische Verfassung auf ein Problem hinweisen kann Es ist wichtig, alle Vakuumleitungen zu überprüfen, die zum Servo selbst führen Alle Gerissenen oder beschädigten Leitungen sollten als Zeichen für den Zustand Ihres Vakuumsystems angesehen werden Ich empfehle daher, alle beteiligten Vakuumleitungen auszutauschen Da Sie kostengünstig sind und Ihnen in Zukunft Probleme ersparen könnten Grundlegender Schritt 2 Überprüfen Sie auf der elektrischen Seite den Stecker am Servo Defekte Laschen oder lose Verbindungen sollten repariert werden Der Kabelbaum läuft möglicherweise durch enge Bereiche und oder bewegliche Teile Achten Sie daher auf Scheuerstellen, die ein Problem verursachen können Und reparieren Sie beschädigte Kabel Grundlegender Schritt 3 Abhängig von den Funktionen Ihres OBD2-Diagnosetestgeräts können Sie möglicherweise den Betrieb des Servos überwachen Wenn es an das Fahrzeug angeschlossen ist Manchmal erhalten Sie Prozentsätze oder elektrische Werte In beiden Fällen können Sie die Werte mit dem physischen Betrieb vergleichen Indem Sie sie unter der Motorhaube mit den Rädern über dem Boden beobachten Dies ist ein altes Verfahren und kann Probleme verursachen Insbesondere wenn es sich um modernere Fahrzeuge handelt Stellen Sie jedoch immer sicher, dass Diagnose-Reparatur-Verfahren auch vom Hersteller Ihres Fahrzeugs empfohlen werden Wenn Sie es versäumen, hier zu recherchieren, können Sie leicht andere Fahrzeugkomponenten beschädigen Vielen Dank!